Erinnert ihr euch an dieses Framing Manual, das vor einigen Jahren bei der ARD kursierte? Ich schrieb dazu im Essay schon im Titel, dieses Manual sei hilflos, fehlerhaft und doch erschreckend. Dieses Framing Manual, das von der ARD beauftragt und bezahlt wurde, es kam meiner Meinung nach handwerklich eher dürftig daher. Aber das eigentliche Problem an jenem Machwerk war die darin offenbarte zynische Absicht und die weitgehende Moralbefreitheit von Leuten, die so etwas zu verwenden, auch nur gedenken. Das Wort Frame bedeutet Rahmen. Durch die rhetorische Rahmung eines Sachverhalts lässt sich formal die Wahrheit sagen, während man im Hörer ein Gefühl triggert, das dem Sprecher nützt, sich aber sehr von der üblichen emotionalen Reaktion auf einen solchen Sachverhalt unterscheidet. Einen Angestellten zu entlassen, kann geframed werden als, diesem Menschen neue Chancen und Möglichkeiten zu eröffnen. Und wegen eines Skandals zurückzutreten, wird geframed als, mehr Zeit seiner Familie widmen zu wollen. Framing bedeutet in der Praxis, einen Sachverhalt in einen solchen Kontext zu setzen oder eine solche Interpretation nahezulegen, dass andere Gefühle und Deutungen als die übliche Weise zu Erwartenden erzeugt werden. Das Framing Manual, das bei der ARD kursierte, war 2019 ein Thema. Wir schreiben inzwischen das Jahr 2024 und so viel muss man den Staatsfunkern zugestehen. Man hat offenbar seitdem dazugelernt in Sachen Framing. Ein zynisches Musterbeispiel für Framing im Dienst der Propaganda ist die aktuelle Berichterstattung der Tagesschau zu Trumps Verwendung des Wortes Die Schlagzeile lautet, Trump irritiert mit Blutbart Äußerung. Übrigens alle Links und Quellen, auch den Link zu dieser Nachricht, findet ihr in der Essay-Version dieses Videos und den Link zu dieser in der Beschreibung. Im Intro des Textes bei Tagesschau.de heißt es dann, der Ton im US-Wahlkampf wird schärfer. Bei einem Auftritt von Ex-Präsident Trump in Ohio ging es eigentlich um Risiken für die US-Auto-Industrie. Doch dann sprach der Republikaner plötzlich von einem Blutbart und sorgte für Irritationen. Bevor ich hier nochmal wiederhole oder sage, worum genau es ging, lasst mich drei weitere Schlagzeilen zum selben Anlass nennen. Süddeutsche Trump Wahlniederlage wird ein Blutbart für das Land T-Online Trump prophezeit Blutbart bei Wahlniederlage Frankfurter Rundschau Donald Trump droht mit Blutbart und dem Ende der US-Demokratie Diese drei weiteren Schlagzeilen stammen von stramm und offen linken Publikationen und links bedeutet hier unter anderem auch zum Teil gelogen. Das linke Lügen ist ärgerlich, aber intellektuell nicht besonders interessant. Die Schlagzeile und das Intro der Staatsfunke ist in diesem Fall interessanter, weil sie durch Framing versuchen, gleichzeitig der Wahrheit nicht offen zu widersprechen und doch ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Interpretation im Leser zu erzeugen. Was war tatsächlich passiert? Trump sprach am 16. März 2024 bei einem Wahlkampfauftritt über den Wettbewerb von amerikanischen und nicht-amerikanischen Autoherstellern. Er versprach, dass Autos, die in Mexiko produziert werden, beim Import in die USA mit 100% Strafzoll belegt werden, wenn er gewählt wird. Wenn er aber nicht gewählt wird, dann wird es ein Blutbart geben. Die Bedeutung ist offensichtlich, wenn er nicht gewählt wird, wird die US-Autoindustrie noch stärker unter Importen aus Mexiko und China leiden. Es wird also ein ökonomisches Blutbart geben, besonders auf dem Arbeitsmarkt. Man kann das Original seiner Rede etwa bei cspan.org sehen oder als Transkript auf x.com. Hätte Trump im Deutschen von einem Gemetzel gesprochen, hätte man ihm Ähnliches vorwerfen können. Hätte er vor einem Flächenbrand gewarnt, hätte man ihn wegen Feuer-Terror-Androhung verhaftet. Das Biden-Team und damit die befreundeten Konzernmedien behaupteten, Trump habe politische Gewalt angedroht, habe Blutbart wörtlich gemeint. Man log also offen, wie etwa die Schlagzeilen der drei erwähnten Publikationen. Die deutschen Staatsfunker aber gehen geschickter vor. Die Staatsfunker framen im Intro, sprich sie lügen ohne zu lügen. Es ist faktisch richtig, dass Trump zuerst von der Autoindustrie sprach. Und es ist faktisch richtig, dass Trump anschließend ein Blutbart ankündigte. Doch dann folgt eine Halbwahrheit und darauf eine Lüge durch Weglassung. Die Irritationen, für welche Trump angeblich sorgte, waren künstlich geschürt. Irritiert waren vor allem Propagandisten, die dafür bezahlt werden, absichtlich falsch zu verstehen und irritiert zu sein. Und dann die Lüge durch Weglassung. Trump sprach auch nach seiner Blutbart-Metapher wieder und weiter über die Autoindustrie. Die tatsächliche Meldung ist also, Trump sprach über die Auswirkungen billiger Autoproduktion in Mexiko und China auf amerikanische Autohersteller und für den Fall, dass er nicht gewählt wird und also keine Strafzölle gegen Billigimporte verhängt werden, sagte er ein ökonomisches Blutbart in der US-Autoindustrie und konkret dem US-Arbeitsmarkt voraus. Die vollständige wahrheitsgemäße Meldung ist natürlich nicht ganz so spektakulär wie das rhetorische Framing als Blutbart im Sinne angedrohter politischer Gewalt. Das Sprachbild vom Blutbart ist im Kontext wirtschaftlicher Schäden ja gar nicht unüblich. Auch nicht bei der Tagesschau selbst, zumindest als Zitat und in den USA ist es relativ geläufig. Im hier besprochenen Tagesschau-Text wird übrigens ebenfalls festgestellt, dass Trump auch nach der Blutbart-Metapher wieder über die Autoindustrie sprach. Ja, man präsentiert sogar eine brauchbare Übersetzung der betreffenden Passage. Allerdings wird diese, wie bei Propaganda-Artikeln nicht selten, erst nach einigem Scrollen in einem Abschnitt namens Chinas Autopläne vorgestellt. Realistischerweise konsumieren die meisten Leser nur die Schlagzeile und das Intro. Bis zur Darlegung der Wahrheit dringt nur ein Bruchteil der Leserschaft vor. Und selbst David behauptet, es sei unklar, was genau er mit dem Sprachbild gemeint habe. Zitat, was er mit der Bemerkung genau meinte, blieb unklar, da er in seiner Rede gerade über Risiken für die US-Autoindustrie und Zölle gesprochen hatte. Wow, es ist unklar, was gemeint ist, weil er darüber sprach, was gemeint ist. Für solche Logik braucht es die Einweihung in höhere ARD-Framing-Manual-Logik. Dafür genügt einfaches Framing-Grundwissen nicht. 2019 schloss ich meinen Essay über dieses ARD-Framing-Manual mit einem Zitat aus eben diesem, in welchem über solche Sprachtricks gesagt wurde, dass sie empfunden werden könnten als unehrlich, als dogmatisch, als manipulierend, als jemand, der Gehirnwäsche betreiben will. Dem bleibt auch heute 2024 nichts weiter hinzuzufügen. Soviel für heute. Ich danke euch für euer Mitdenken. Propaganda zu verstehen erhöht die Chancen, ihr nicht allzu schnell zum Opfer zu fallen. Und ich danke jedem einzelnen Unterstützer. Nur mit und durch euch wird diese Aufdeckungsarbeit hier möglich.